Hi, in diesem Video geht es darum, deinen sogenannten reflektorischen Atem anzuregen. Ich bin Linda, ich freue mich, dass du dabei bist und jetzt geht es auch schon zusammen los. Stelle dich hüftschmal hin, die Fußinnenkanten sind parallel zueinander ausgerichtet. Die Knie sind locker und deine Mitte ist stabil, indem dein Becken ganz leicht nach vorne gerichtet ist. Achte darauf, dass du bei dieser Übung deinen Kopf nicht nach vorne schiebst und möglichst im ganzen Nackenbereich entspannt bleibst. Stelle dir nun vor, dass vor dir eine Kerze ist, die du auspusten möchtest. Nimm gerne so wie ich die Hände als Unterstützung dazu und baue dir eine kleine Kerze. Jetzt versuchst du, die Kerze mit einem kurzen Puster auszupusten. Gleich noch einmal. Wir haben hier eine ganz besondere Kerze vor uns, die sich nicht so leicht auspusten lässt, eine Scherzkerze vielleicht. Also wiederhole dein Pusten mehrmals hintereinander, zum Beispiel rhythmisch. Sehr gut. Vielleicht bemerkst du, dass du gar nicht bewusst zwischenatmen musst. Lege doch mal deine Hände auf den Bauch und beobachte, was passiert, während du noch einmal rhythmisch deine imaginäre Kerze auspustest. Beim Pusten sollte sich dein Bauch reinbewegen, also Richtung Wirbelsäule gehen und dann lässt der Bauch sozusagen wieder los und geht raus. Du atmest ein. Mit dieser Übung nutzen wir einen körpereigenen Reflex. Achte doch beim nächsten Husten, Niesen, Lachen oder Weinen darauf, ob dieser Reflex auch dann bei dir zu spüren ist. Je nachdem, was du gerade davon gemacht hast und in welcher Situation und Tagesform du dich befindest, ist dein reflektorischer Atem unterschiedlich in Aktion und auch unterschiedlich zu spüren. Dabei kommt es auch auf die Intention an. Wir versuchen es mit einem anderen Beispiel. Lass uns gemeinsam einen Streichhals auspusten und danach eine ziemlich dicke, große Kerze. Erst das Streichholz. Noch einmal das Streichholz. Und jetzt die große Kerze vielleicht ein bisschen weiter weg. Nochmal die Kerze. Vielleicht bemerkst du, dass der Bauchreflex unterschiedlich zu spüren ist. Bei dieser Übung kommt es also insgesamt darauf an, einen Reflex auszulösen und nicht darauf, deine Bauchmuskeln zu trainieren. Es geht nicht um die Mechanik, sondern um den Reflex und die Intention. Als Variation kannst du die Übung auch auf Sch, 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 Sch oder auf S, S, S versuchen. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Ich freue mich, wenn du auch ins nächste Video reinschaust. Bis bald! Bis bald!